Das Geheul Heilig, heilig, heilig Es hat keinen oder nur geringen literarischen Wert Heiliger Kerouac, heiliger Cassidy Die Matrosen, Bliesen, diese irdischen Seraphien Es ist, als würde man durch den Dreck gezogen, wenn man das Zeug liest Nun, Sie verstehen, was Bliesen und Blasen bedeutet Mir wurde klar, dass Dichtung eine rhythmische Artikulation von Gefühlen ist Was ist Obszönität und für wen? Ginsbergs Leben hatte anscheinend diese Art von Rhythmus Oh, knochige Legionen rennen nach draußen Es gibt Bücher, die haben die Macht, Menschen zu ändern Der ewige Krieg ist hier Lassen Sie uns nicht weglaufen vor nicht existenten Zerstörern der Moral Oh, dieser Sieg Sorgen Sie für Licht Wir sind frei Was ist die Beat Generation? Es gibt keine Beat Generation Das sind nur ein paar Leute, die veröffentlichen wollten